ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe 23 Fleisch dabei und noch 5 Brot Siehst du, gut, dass ich vorher geschnurrt habe Ja, dankeschön Jedes Mal, wenn ich hingehe und suche diesen blöden Baum Weiß ich nicht mehr, wo er ist Da, 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 oder? Nee, das ist ein Schach Hm Ich weiß es nicht mehr Wir kommen da nicht weiter Hm, ich auch nicht Not permission Oh, warte Jetzt hat es Komm her, Tobi Ah, Aragog Oh, da ist ein Spinspawn Komm da nicht hin Du musst dich zu mir teleportieren Da ist ein Klick-Me-Schild, ne? Mhm Nee, da steht Gewinn drauf Wo steht... Hier klick mal drauf Das Schild ist 11 Tage Ja Dann hast du... Hast du schon vorher was bei dir? Nee Steht nix von... Da steht einfach, dass das Schild ist 11 Tage Und davor? Nee, gar nix Da, wenn ich den Chat öffne, Teleporting Kaum von dir Das ist bei mir aber auch Nur 11 Tage und 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 12 Sekunden 12 Tage Ihr habt einen Haufen Spawner hier drin versteckt Ja Ups Uuup Uuup Seid froh, dass es nicht... Ich wollte gerade sagen, seid froh, dass es nicht dunkel ist Stirb Stirb Spin auch hier XPs Noch ne Spinne Uuah Warum er denn nicht schwebt? Ich bin kaum ausgerüstet, das ist echt schwierig Ja, dann komm Ich glaub, soweit du kannst, dann sagst du Bescheid Stopp Geheimgang Oder... nee, da sind wir gerade rausgekommen, da geh ich nicht nochmal ruf Ah, nee, das ist ein Bauch Den ich suche Warte, ich geh jetzt mal nach oben gucken Toll, ich war direkt drunter Oh, hier Wo bist du hin, Boden? Ähm Ja Da? Ja, klick mich, Schild Wo? Wann? Wieso? Hier Wieso ist da eine Leiter? Tadaa 150, yeah Das hab ich gemocht Ah, verdammt, 11 Tage Könnt ihr das nicht mal irgendwie kürzer machen? So, was weiß ich, 10 Minuten? Uh Jetzt kann ja jeder jeden Tag hier durchgehen und an die Schilder klicken Ja, hat dich eigentlich fordern Kurz einfach Hast du ein Grundstück im Mittelalter? Nee Komm Ich komm schon wieder raus Okay Boah, hier von hier aus hat er eine gute Übersicht auf Hogwarts Auch wenn es bei mir gerade ein bisschen Junk Errors hat, aber Wenn wir es mal neu laden würden F1 F3 F3 Und A Lad schneller Lad noch schneller Ich laufe gerade in die Richtung Bei mir lädt das nicht Warum lädst du nicht? Keine gute Internetverbindung hoch? Nee, das liegt daran, wenn ich aufnehme Dann hab ich nur 30 FPS und dann Die hab ich immer Was? Du hast immer 30 FPS, oder wie? Ja Ich hab gerade 34, 30, 32, 31, 30 Sonst, wenn ich nicht aufnehme, hab ich irgendwas mit 190 oder so Was hast du, wie viel, ähm, Arbeitsspeicher hast du denn? Ähm, 8 GB Nee, ich hab nur 4 Ich hab 8 GB Arbeitsspeicher und i7, keine Ahnung, Quad-Core Schlag mich tot Davon hab ich keine Ahnung Ja, eigentlich auch nicht wirklich Ich weiß bloß, dass es, dass er viel gekostet hat Fertig Ich komm mal mit Da unten ist irgendwas Da ist Klaas Komm, komm Wo bist du denn? Hilfe Hilfe Mama Nicht ins Wasser Nicht ins Wasser Nicht Mama, Messer Ich hoffe, du hast Brightness hoch Was hab ich? Brightness Hoch, also Licht Ehrlichkeit Ja, ziemlich Ich glaube, ich hab die immer voll Warte Video Settings, Brightness, ja Immer ganz maximal Weil auf YouTube ist das immer Wow Ziemlich dunkel Nochmal 150 Ey, du hast geschummelt Was? Der hat geschummelt Hast du's gesehen? Hast du's aufgenommen? Er hat sich herzelleputiert, ja Boah, der ist schon noch Hier sind gefälschte Öfen, die unendlich brennen, oder? Die kannst du auch in einen Admin-Shop kaufen Ja, ich weiß aber, ich mein, was will ich damit? Außerdem kosten die 1000 Timonians Bin ich bescheuert? Jetzt seid ihr schon wieder weg Diesmal bist du wieder da Und ich kann mich nicht teleportieren Ist voll gemein Hä, da ging's irgendwo hin, oder? Ach so, da ist ein Fackel Ihr seid schon den Weg raus, wo ihr wieder rein seid, oder? Mhm Und was ist jetzt da unten, unter dem Meer? Ist das, äh Ich Komm nicht, das ist da Du wirst es noch irgendwann sehen, komm Ich glaube, für mich sieht das so aus, als wäre das, äh, wie es von Slytherin Das ist da unter dem See Ja, genau, 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 das ist da Jaja Mhm Da kamst du übrigens vom Keller rein, wo du unten warst Also nicht von der Kammer durchs Recken, sondern Sondern, äh Von, was auch immer für Kammern Bitte? Von der Besenkammer Genau Was wollen die Leute denn heute alle von mir? Blablabla, lädt dich zu Astrofrems ein auf Facebook Vielen Dank Begeisterung Begeisterung Hm Hm Was könnte ich euch denn noch zeigen? Ich finde die Geheimnisse als erstes Hm, hm, hm Du könntest mal in den Keller gehen, würde ich sagen, oder? Jo Da war ich eben Machst du auch schon beim Slytherin-Gewaldenschaftsraum? Mit für'm Ding? Genau den mein ich Uh Du hast es auch fast Ich hab das mal auf Playstation 1 gespielt Auf Playstation 1? Das gab's in meiner Zeit gar nicht mehr Also, ohne noch Asa Ich hab noch Ich hab noch Den ersten Teil, den es auf Playstation gab Uäh Das, was wir jetzt Verbruchert Fühlt mal jemand schon im Blech so Oh, ich weiß es, ich hab hier Ich hab nur noch ein halbes Herz Boah, das sind ganz so viel jetzt Nein Geht weg Ey, du kannst gar nicht überleben Eigentlich Was denn? Oh Nein Oh Ich hab das Ich hab das Ich hab das Ich hab das Kommt her Du musst übrigens wieder zurück Ah ne, quatsch Ich hab deine Sachen Oh, wir machen was besser in einer Angenehmeren Atmosphäre Genau Ich leg noch ein bisschen was oben drauf Das war von dir, das war von dir Ich spend dir da noch acht Von dem Zeug Das ist, glaube ich, auch meiner Das war von dir Und das war von mir Oh, scheiße Ich hab dir mein Buch Kannst du mir das Buch gleich wiedergeben? Bitte Wenn ich meins auch wiederkriege? Ja Ja Oh, ich hab's falsch ausgesinmelt Ne, das gehört dir Also eigentlich mir Aber ich hab's dir gegeben Achso Geh mal an, es wird vor Tobi Und jetzt gib mir bitte mein Buch Oder Oh, geschehen So War ein bisschen gefährlicher Aber es hat sich definitiv gelohnt Wie viel hast du denn bekommen? 500 500? Ja Ich glaube, nach dem heutigen Tag Bin ich wieder rich bitch War hier nicht irgendwo Der Raum der Wünsche? Nein Doch hier Wie funktioniert denn das System? Du gehst dreimal hin und her Ja, ja, das weiß ich schon Aber ich meine Das Ich meine Ich meine Vom Redstone her Keine Ahnung Du weißt doch Ich hab doch keine Ahnung Von dem Das ist übelst cool Aber ich glaube Das Schild Das geht noch nicht bei mir Da war ich ja erst Hallo Hund Guten Tag Vier Tage noch Verdammt Leg dich mal hin Komm Leg dich mal hin Oh Mann Hast du eine Miezi? Ich hab einen Hund Keine Miezi Keine Miezi Keine Miezi Wo kam er denn jetzt? Ach, okay Da sind wir glaube ich Ja, da ist Links da Da waren wir schon Oder warst du schon? Dann in die Jushtum Ich glaube wir müssen hier lang Oh, hier gibt's hier bei uns auch noch eins Zu langsam Oh, hundert Hundert Timorions Einer muss draußen bleiben Warum? Ja, damit wir wieder rauskommen Flatsch Wow, wo sind wir denn jetzt? Ey, ich bin wieder zurück gegangen Und ihr seid da lang gegangen Kommt mal wieder rein Irgendwie ist der ganz schön kurz Tobi Ja Ja Oh Mann, zurück Ich bin schon wo Ich glaube irgendwo hoch Ach, ich bin wieder in dieser komischen Klasse Oder ist das der andere? Ah, hier wäre ein Eingang gewesen übrigens Ja Türen wie der Speerangler weit offen gelassen Hier Ich hab's gesehen Da 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 Ah, hier ist ja gar nichts Man Jetzt hab ich schon voll den geheimen Geheimgang gefunden Und dann ist da gar nichts Wie war das denn noch mal? Ein Blog-Update, glaube ich Ja Irgendwas höre ich Was? Vorsicht Es hat Penn, glaube ich, versucht zu reparieren Und hat nicht funktioniert Wo sind wir? Im Gemeinschaftsraum des Lederlands Wo auch immer Und auf dieser Couch Saus 1 Crack 200 Timorien Keine Ahnung Hehehe Beim Bezier nicht zum Klick-Misch-Schild Hast du's geklickt? Ja Oh nein, verdammt, ich hab ein Bett Spon zum Tee, das ist ja nicht Aber meine Homebett, glaube ich, hat sich sowieso nur ein Ein Oldspawn Da ist gar nichts, ne? Nö, nö Das müsste man sich hat Nee, da ist kein Geheimgang Hehehe Vielleicht noch was zu probieren Ich niemals Ich niemals Ups Ups Hey Ich wollte eigentlich nicht den Fall schlafen Gib mir mal bitte die Döcke wieder Ja Ja, warte, warte, mach ich schlafen Ja Ja Da wird irgendjemand Musik Ich höre auf das Das ist beim Tobi Das ist meine Frau Die sitzt im Wohnzimmer Ich schlaube es Das ist der Mittendrinnen Block Was, wer steht da? Gefunden? Yay Aber jetzt kommen wir nicht mehr raus, oder? Ah doch, die Falltür muss man Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Da Hier lang, aber hier kenne ich mich selber nicht so gut aus Das hat Markus gebaut Das wird mit dir jetzt nach Rivertown Was denn? Was denn? Nur bei Töchen? Was? Natürlich Alle Riffers führen nach Rivertown Hm So wie viele Wege nach Rom führen Ach so Hm Wow, das ist glaube ich der Pausenhof für die Ehrenanstalt Druckplatte? Ne Da war der Essen Ähm Solche Blocks Ich finde es cool, der Das Teil da in der Mitte mit den ganzen Wines Sieht gut aus, ne? Hat was Wo bist du? Ähm, quasi hinter dir Ähm 4x2 Pistendoor Wo? Hier Hier Hä? Die funktionieren ja gar nicht Das ist... wurde anscheinend irgendjemand gekommen Sind wir hier? Hm? Maaah Was sind wir denn hier jetzt? Meine Ahnung Oh Da hinten geht's weiter Hä? Ähm ins Jetzt kommen wir wieder ja raus Ich bin auf jeden Fall hinter dir. Ah. Ich muss mal ganz kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Okay, bis gleich. Ich habe den jungen Schlafsaal gefunden. Von Gryffindor? Keine Ahnung. Mädchenschlafsaal. Muss das rot sein? Wo bist du denn? Kannst du auch jemanden zu dir holen? Hier war eine Tür hinter einem Bild. Port mich mal zu dir. Ne, das ist einfach bei der großen Treppe, ne? Wo die ganzen Bilder hängen. Da muss ich erstmal wissen, wo die große Treppe ist. Das ist im sechsten Stock. Ja, von welchem von diesen? Und da ist der Astronomie-Turm. Wo bist du denn? Warte mal, wo bist du? Hm, neben dem Messer. Das hilft mir jetzt nicht wirklich viel. Ähm, im Innenhof. Da ist deine Schrift. Wo, was siehst du mich denn? Wow, was habe ich denn hier gefunden? Im Glockenturm vielleicht. Was hast du gefunden? Im Geheimgang. Im Kohlen? Das hier wird sowohl die große Halle sein. Und von der großen Halle geht es ja normalerweise immer zum... Bist du bei der... welche großen Halle? Da, wo du vorher gesagt hast, über die ganzen... Bilder. Nee, den rauskrieg ich nicht. Ähm... Da, wo quasi die ganzen... Tische und so sind. Nee, verdammt, jetzt bin ich hier beim... Enchanting-Raum. Ich sehe dich. Siehst mich? Hm, deine Schrift. Ähm... Hat das Ganze vielleicht eine Holztür, so eine halb... Riesengrosse? Ah, jetzt bin ich beim... Bei der großen Halle. Jetzt bin ich bei dem Raum mit den Bildern. Ja, hier. Dann sechs jetzt noch. Oh Gott. Ich bin auch hier. Ich sehe dich. Ja, dann weiter mal hoch. Immer hoch, dritter Stock. Ich habe gerade auch irgendeinen Geheimgang gefunden mit irgendwelchen gefährlichen Türen und so. Nicht lustig. Ich glaube, wir gehen da rüber. Da kommen wir aber nicht mehr hoch. Das ist nicht lustig. Es wird schon gehen, aber... Hallo. Hallo. Hier, kommen wir hoch. Hier gibt's... Auf dieser Treppe gibt's auch einen geheimen Weg. Ich habe schon einen gefunden. Vierter Stock, Sie merken. Also, ich hatte einen eben gerade gefunden. Da bin ich dann auf irgendwelche Laber-Fallen gestoßen. Aber erstmal wollte ich dir das andere zeigen, was ich gesehen hatte. Das ist echt das Schlimme an diesem großen Treppenzor. Sechster Stock. Durch mein Text-Tab-Pack, das ich habe, kann ich da durchgucken. Und weiß, dass hier eine Tür ist. Ah, dann ist das die fette Dame wahrscheinlich, oder? Also, sollte wahrscheinlich sein. Ah, hier unten sogar dran. Mhm. 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 Meine Frau war so lieb und hat mir Müsli gemacht. Ich habe mir gerade ein Stück Zyrekochen geholfen. So, was ist jetzt hier? Also, achso. Ich suche jetzt nochmal diesen Geheimweg, den ich gefunden hätte. Tu das. Also, du solltest dir auf jeden Fall mal die Mädchenschlafseil angucken. Das machen wir doch glatt. Äh, ich bin ja gar nicht da. Ich meine ja auch Hoden. Was steht denn da? Also. Das wird dir auch so geil. Ich meine ja auch Hoden. Was soll ich denn sonst sagen? Ich meine auch Creme, oder? Creme. Alles nicht sehr verlockend. Uh. Warum gibt's das bei den Männern nicht? Achso, ja, aber ist klar, weil die Frauen ja dafür bezahlt werden. Und, hast du es gefunden? Was? Schild? Ups. Was? Du guckst auf meinem Channel. Äh. Mhm. Sieben weg. Mhm. Und das davor. Das davor? Da steht nichts. Ach, meinst du nicht, dass man das mit Fedderfalling überlebt? Mhm. Anscheinend nicht, oder? Seid ihr da unten, oder? Mhm. Ach, das überlebt man ganz leicht. Er sucht den Geheimgang. Du weißt, wo es ist. Mhm. Mhm. Ich war ja gerade schon einmal durch. Ich suche jetzt. Ich bin dann gleich wieder zurückgejumpt. Das war irgendein Bild, oder? Mhm. Und es ging runter. Das weiß ich auch noch. Ich bin direkt drauf zugelaufen und dann stand ich auf einmal auf der anderen Seite. Direkt drauf zugelaufen? Das heißt, es muss irgendwie... Mhm, das ist da oben. Mhm. Ich weiß, wo es ist. Ich auch. Ich bin da. Verdammt. Da müssen wir auch jetzt hinkommen. Wir müssen nach ganz oben und dann wieder runter. Ja. Hoch, runter, rauf. Jetzt runter? Genau, jetzt nach links. Nee, nee, nee. Das andere links. Wieder hoch. Ja, genau. Nee, 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 komm zu mir. Geh mal nach links nach oben. Links nach oben? Nee, nicht du. Ähm, Tobi. Links nach oben. Bist du... Bist du... Bist du... Pfff, was heißt das? Kommt. Was, jetzt haben wir wieder runter? Nein, kommt. Ah. Oh. Da ist gesperrt. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. What the fuck? Ah, hier sind quasi die ganzen alten schraubigen Bänder versteckt. Und hier muss es rein theoretisch einen Gang durchgeben. Glück mich. Hier. Glück mich, wo ist ein Glück? Glück mich, Glück mich. Ah, hier. Wie oft. Alter, hier sind echt ein paar Bücher. Kann man nicht... Nee, kann man nicht. Die geheime Bibliothek. Ja, ich hätte jetzt gerne das Buch mit dem Titel. Viel Spaß besuchen. Ich gehe nicht suchen. Oh, sogar mit Treppen innen drin und... Leitern und nochmal Leiter und nochmal eine Leiter. Jetzt wenn du sagst, auf einen von diesen Türmen ist ein Klick mich schild, ich würde eiskalt alle Türme abschnappen. Ich weiß es nicht, ob da ein Klick mich schild ist. Ich hab keine Ahnung. Geh sie noch weiter. Achso, nee, das sind Dungeons. Die hat Markus gebaut, deswegen kann ich dir das leider nicht sagen. Schau mal, ob ich da wieder hochkomme. Nee, werde ich nicht schaffen. Aber vielleicht von da drüben. Fuck. So viel wie während dieser Aufnahme hat mein Handy in den letzten fünf Tagen nicht gewinnt. Ohne Witz. Nein. Nein. Dann gehen wir halt den offiziellen Weg wieder nach oben. Tobi ist mal wieder da ganz unten irgendwo. Ohne Witz sieht gut aus hier mit der Beleuchtung und so. Oh. Und der wird gar nichts, oder? Wer schub? Auf der Seite nochmal einer. Und? Und? und nicht das zu tun die 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 Markus, schreib mir mal an. So, wo können wir denn noch gucken gehen? Warst du schon mal in Chinatown? Hm, ich glaube mal vor drei Monaten. Drei Monaten? Ich hab was gefunden. Geheimgang? Wo, Mann, wieso? Hier ist was, natürlich. Verdammt. Jetzt mal ehrlich. Das ist, äh, die Schaltung von, ähm, Raum der Wünsche. Ah, entweder. Ich bin jetzt. Bitte? Ich bin durch irgendwie so ein Wasserloch runter. Okay. Oh, jetzt komm ich irgendwo raus. Ich lauf jetzt einmal quer durch die Gegend.